Und heute mal in eine kleine Runde. Blech. Oh, los geht's. Falsche Richtung. Oh, der füllt sich. Zwei, haut er raus. Zeig ich mal, gucken wir uns an. Oh, he, naulare Kinder. Gibt's da nicht. Und kaputt. Das war aber nicht nett. Mann. Oh, der füllt sich. Oh, der füllt sich. Oh, der füllt sich. Kaputt. Na ja, mal gut, dass wir die 52 hier nochmal haben. So, hier haben wir mal Chance. 200 Euro zu investieren. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Hoffentlich was vernünftig. Goldene Mitte. Oh, Freispiele. Oh, Freispiele. Freispiele für 200 Euro. Dann hoffen wir mal, dass die was bringt. Und hier sind wieder ein Minos. Ich fahr ja. Warte, mit mir mal, dass die was bringt. Das ist wieder ein Minos ihr Chef, ja. ein stück hier ein super neuen fern von 200 Kommen wir der Sache schon näher So, das ist genau unser Einsatz Was jetzt dazu kommt Was ist das? Was ist das? Wir nehmen auch gern 5 oder noch eine Lampe oder so Knapp daneben Nummer 15 Nochmal 4 Keine Lampe mehr Aber immerhin So, dann zeig ich mal was das war hier 498 To ja 78 nehmen wir auch noch Und auszahlen Und ein Röntchen Faust Und ein Röntchen Faust Gemüseteller Ja, dann mal los Ein paar mehr musst du schon bringen Du Boah, nicht mal 3 Boah, nicht mal 3 Boah Echt nicht nett So, dann drehen wir mal hier noch runter 14 Freispiele Los geht's 2 2 2 2 3 7 Das war's. Das war's. Und die Nummer 14. So, was haben wir denn nun? Na ja, zarte 54. Und eine kleine Runde Multi-Walded. So, was haben wir denn? 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 Ok damit Nehmen wir auf Wenn es aber nur annehmen hier Wenn es aber auch nicht Wenn es aber auch nicht Wenn es aber auch nicht Ah, gut, was Prakawa denn da ihr hier? kommt nichts mehr spiel wechseln und hier kommt ein bonus ja komm, hier ist der hinten ah den musst du voll machen dann kommt schon der ohrhild gewesen so richtig erzündet hat das natürlich nicht naja was willst du machen und heute war eine runde magic dream so richtig 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 Schick, schick. Und Action Games. Wir nehmen die Kartoffeln. Was warm haben wir? Sehr nett. Cool. Ah, mit der Türen mal, ja. Komm, da muss ich ein bisschen mehr werden. Okay. Na, Wahnsinn, das hat ja wieder überhaupt nie geschafft hier. Ja, 10 Euro, ach, das ist ja mal schon auf der Ruhe, wahnsinnig. Tse. Ja, gute Errichtung. Oh, Bluedup still. 42 das riecht doch schon mal nach dem da guck an, guck an 4 4 6 6 7 8 7 8 Große Sprünge macht er aber nicht Solo. 18 34 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 18 20 20 21 22 23 24 25 25 Jetzt ist er aber echt schon runter hier. Lauter hoch nochmal, da war es doch noch 20. Kommt nicht. Auch nicht. 6,40. Tja, bleibt uns nur noch die Leiter. Und die sind auch kaputt. Dann haben wir es wohl wieder geschafft hier. Jawohl. Wir holen nochmal 80 Cent. Und einmal nix. Ja.